Es ist kurz vor halb drei, das seit etwa fünf bis sieben Jahren. Ich bin Timebreaker. Den Namen habe ich irgendwann mal in einem Comicheft entdeckt und er passt am besten, denn ich kann die Zeit so beeinflussen, wie ich es möchte. Natürlich kann ich nicht in die Vergangenheit reisen. Niemand kann das. Aber ich kann den Fluss der Zeit um mich herum lenken, dann bleibt sie für mich fast stehen. Das ist auch der Grund, warum das Licht hier so rot ist. Rotes Licht hat die längste Wellenlänge. Das normale Licht wird quasi langgezogen, wenn es auf meine Verzögerung trifft. Schätze ich. Du hast jetzt sicher tausend lustige Ideen, was man so mit meinen Begabungen machen könnte. Doch glaube mir, es gibt nichts, was ich nicht schon probiert habe. Und nichts, was einem auf Dauer hilft. Irgendwann ist alles langweilig. Außer sowas hier. Kennst du Spider-Man? Aus großer Macht, voll großer Verantwortung. Kann schon sein. Mir kommt das so vor. Ich altere hier ganz normal weiter und bin in eurer Welt gerade mal sechs oder so. Ich habe längst den Bezug zu meinem echten Leben verloren. Und da ich ja sonst nichts zu tun habe, kann ich genauso gut dafür sorgen, dass wie ich diese eine Sekunde bei den anderen Leuten gut geht. Ich bin mir sicher, dass das eine Aufgabe für ein ganzes Leben ist. Selbst wenn man die USA ausschließt. Auch wenn ich theoretisch übers Meer hinlaufen könnte. Wenn ich am Ende meiner Zeit alles wieder laufen lasse, werde ich vielen Leuten sehr geholfen haben. Hoffe ich. Das ist mein Ziel. Ich bin mir folgt. Bis zum nächsten Mal.